Bist du morgens so steif, dass du kaum aus dem Bett kommst? Dann habe ich hier in diesem Video die passenden Tipps und Übungen für dich. Mein Name ist Silke von Böningen, ich coache und trainiere seit Jahren Parkinson Erkrankte online und helfe ihnen aktiv zu leben. Wenn dich das Thema interessiert, abonniere gerne den Kanal und aktiviere auch die Glocke. Damit du wirklich kein Video verpasst. Immer wieder höre ich von meinen Kunden, dass es besonders morgens und wenn man schon eine Zeit lang am Parkinson erkrankt ist, schwierig ist, aus dem Bett zu kommen und so in Gang und Schwung zu kommen. Wenn es dir genauso geht, habe ich hier fünf praktische Tipps für dich, die dir helfen können. Im Anschluss an diese fünf Tipps gebe ich dir noch ein paar Übungsbeispiele, die dir helfen können, um positiv in den Takt zu starten und erkläre dir auch noch, was du weiter tun kannst, wenn du da Unterstützung möchtest. Erstens, nimm dir Zeit. Immer wieder höre ich von meinen Kunden, dass es besonders morgens darauf ankommt, Zeit zu haben. Mit Gelassenheit starten zu können, die Termine nicht sofort zu haben, warten zu können, bis die Medikamente wirken, ein Übungsprogramm zu machen und einfach in Ruhe zu starten. Zweitens, optimiere deine Morgenroutine, denn was und wie du am Morgen handelst, das sorgt doch dafür, dass du einfacher, schneller, fit bist, gut in den Tag kommst. Schau dir hier die Medikamenteneinnahme an, wie dir das alles gestaltet ist. Hast du Zeit zum Aufstehen? Wie nutzt du diese Zeit zum Aufstehen? Hast du vielleicht sogar Zeit für ruhige Bewegung oder so ein kleines Sportprogramm? Wie ist es mit Waschen, Anziehen, Duschen, Frühstücken? Wie ist das alles bei dir? Wie läuft das ab? Und wo könntest du eine kleine Veränderung vornehmen, die eine große Wirkung hat? Drittens, bereite für morgens alles vor, damit du stressfrei den Tag starten kannst. Ich denke hierbei an die Medikamente, die bereit liegen. Das ist vielleicht für dich selbstverständlich, aber wie sieht es mit der Kleidung aus? Wie sieht es mit dem Frühstück aus? Ist der Tisch schon gedeckt oder musst du wirklich die letzte Gabel auch noch holen? Was ist los? Schau dir das wirklich an. Musst du unbedingt morgens duschen oder gibt es irgendwo am Tag einen besseren Zeitraum? Guck dir das wirklich an. Was machst du? Ist es so einfach? Was kannst du schon mal vorbereiten, damit es stressfreier geht? Viertens, sorg einfach für gute Stimmung morgens. Lass nicht zu, dass da negative Gedanken sind, sondern wisch die lieber beiseite. Mach dir positive Musik an, ruhige Musik, schnelle Musik. Sorg für einen angenehmen Duft, egal was du auch immer magst. Sorg dafür, dass die Stimmung nach oben geht. Was bringt deine Stimmung hoch? Fünftens, du hörst es irgendwie schon zwischen den Zeilen raus. Starte mit einem aktiven Übungsprogramm. Das kann aus ruhigen, achtsamen Ganzkörperbewegungen stehen. Es darf entspannend sein. Es darf Wert legen auf bewusstes Atmen. Es darf langsam starten, mit größeren Bewegungen enden, sodass es dir gut tut, aber mach's. Für den Mitgliederbereich habe ich hier gezielt Übungen ausgewählt, die helfen können, wirklich vom Bett aus zu starten mit lockernden Bewegungen. Bewegungen der Beine rechts, links drehen, beugen, strecken, Arme heben, Arme senken, drehen von rechts nach links. Aber auch Übungen auf der Bettkante, vom Sitzen zum Stehen, dass du da ganz behutsam starten kannst. Oder eben auch, dass du im Stehen am Stuhl, an einer Stuhllehne Übungen machen kannst, sich strecken kannst und so weiter. Um wirklich hier gut in den Tag zu starten und dich leichter zu waschen, anzuziehen und einfach ohne diesen verklunkten Körper loslegen kannst. Ich empfehle dir wirklich, unterschiedliche Übungen und Strategien auszuprobieren, denn Menschen sind unterschiedlich. Ich habe mittlerweile schon mit zahlreichen Parkinson-Erkrankten die Morgenroutine oder ein Bewegungsprogramm durchgesprochen, mir das angeschaut und noch nie kam ein komplett identischer Plan dabei raus. Denn jeder hat irgendwo andere Bedürfnisse, andere Wünsche, andere Probleme und so ist es eben unterschiedlich. Sei also gerne mutig und kreativ. Und wenn du merkst, dass du hier gerne mehr Unterstützung haben möchtest, buche gerne ein Kennenleihngespräch und wir schauen gemeinsam, wie ich dir helfen könnte. Alles weitere dazu findest du unten in der Beschreibung. Werde und bleib fit trotz Parkinson. Deine Silke und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.